Willkommen zurück bei Dark Souls. Wir sind immer noch in Sands Festung. Und wir wissen immer noch nicht, was wir machen sollen. Ach, hier oben sind wir jetzt. Komme ich hier irgendwie zurück? Angstgeweihte Frage jetzt. Irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus hier. Das sind ja die Pendel. Wir fürchten, dass das hier wie eine Art Falle ist, oder? Wir müssen es versuchen, hier irgendwie lang zu kommen. Dann ist doch ein Dämon, oder sehe ich das falsch? Okay. Ja, wir müssen es versuchen. Habe ich das gewusst? Da hätten wir jetzt diesen verrosteten Ring gehabt. Oh. 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 Oh, das ist ein ganz normaler Gegner hier unten. Schön. Oh. Du Sack. Seele, Sense, bestimmt nicht so geil, aber angucken muss man sich ja mal. Schön, dass das hier ganz normale Gegner sind. Was? Wo kommst du denn her? Na, das können sie, Arschloch. Ah. 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 Ah, ich wollte springen. Oh Gott, wo komm ich denn hier raus? Ich hab keinen viel Schiss in den Verkorn mehr. Oh Gott, ist das eine ewig lange Treppe. Leider. Dummdi dumm. Oh. Oh. Ob ich komm irgendwo in der Nähe raus, ist ja übel. Das ist doch der Typ, der die eigentlich mit dem... Ich wollte mir gerade noch die Frage stellen, ob der lieb ist. Muss ich den etwa? Ja, muss ich. Was? Geht jetzt. Geht jetzt. Oh Gott. Ah. Und ich weiß immer noch nicht Wo wir hier sind Ja wir sind hier oben Ist jetzt das Tor wieder zu Ich hab keine Ahnung Das dumme ist ja jetzt sterbe Ich weiß ja nicht wie ich wieder herkomme Aber nicht hier runterfall und sterbe Das ist ja quasi am Anfang Leute ich muss mal kurz zurück gehen Ich muss nochmal zum Leuchtfeuer Ich brauche nur noch 410 Dann kann ich mir diesen Dings holen Diesen Schlüssel Das heißt jetzt einfach mal Habt er noch Das waren 400 glaube ich Oh 2000 Jetzt gehen wir mal zum Kumpel hier runter Gegenstand Kaufen Und zwar Das Wappen Dann würde ich sagen Wir gehen da jetzt direkt mal hin Ich hab so ein bisschen gelesen Dass Dass da wo auch ein Boss kommt Dieser große Wolf Aber wann haben wir mal so viele sehen Um das uns zu leisten zu können So So Hab ich beim anderen gar nicht geguckt Ob er Gut das gibt es meistens Ehe nur Nur Rotes Moos Lila Sehr schön Ah da vorne ist ja gleich ein Leuchtfeuer Das hätte man wahrscheinlich schon nach dem Schmetterling machen können Weil der Schmetterling Hat einen ja glaube ich 20.000 Seen gegeben So Gehen wir mal durch Da steht ein NPC Oh das ist kein Okay das ging schnell Ist der irgendwie durchsichtig Batsch Gegenstände Ring Ring Die werde ich mal Rauslocken Wieso ist der eigentlich durchsichtig Okay Man kann ja durch Türen schlagen Er kommt nicht da durch Oder was 3.000 Seelen Einzelkampf Einzelkampf Oh noch so ein Zauberdulli Da vorne Die beiden zusammen Gaben wir schon ein 5.000 Seelen So viel sehen wir die geben Sind die Ist die nächstes mal wieder da Es ist Spawn die Ich dachte wir machen erstmal Hallo Hallo Gut das war Gut das war Hat er wieder Hat er wieder Auf mich geschossen Wo ist die Kräuter hin? Wieso gibt es die Kräuter hin? Wieso gibt es denn hier so viel? Geht es denn hier weiter? Augenscheinlich hier hallo Ich fahre Ich fahre Ich fahre Ich fahre Ich fahre wieder laufen Hier hinten liegt Loot Da läuft ein Baum Da läuft ein zweiter Baum Oh die zieht ja ganz schnell ab Ah ich wollte ich das von Anfang an machen Ich fahre ich das von Anfang an Hier hast du mal zivilen Loot Wir haben schon 17.000 Seelen Hier also Was ist das denn für eine Reichweite? Gut wir brauchen auch Hallo Ich kann mir vorstellen Ich kann mir das dann nur Eine Fresse Ich habe nicht die blasseste Ahnung Wo wir sind Gelobt sei die Sonne Hier Ist der Mond Östlicher Helm Östliche Gemaschen Das werde ich erstmal gucken Was das jetzt Und zwar haben wir Das ist ein bisschen dumm hier Und zwar haben wir Das muss ich direkt vergleichen Physische Abwehr Balance ist halt besser Aber halt sonst Hier weiß ich Das ist eigentlich gar nicht gut Oder Sieht nur geil aus Okay Schon ziemlich heftig Weil ich Ist ja wirklich Einfach nur eine große Fläche Hier Schon ein bisschen schwerer Hier die Orientierung zu halten Zu finden Aber Aber Bumas höre ich doch Und hier kommen wir Also gehen wir einfach mal Gerade aus Können wir uns doch Eine Machete mitnehmen sollen So Hier wird es runter gehen Zur Brücke Zur einer Brücke Sag ich ja Ganz hübsch hier Also die Gegend Warum habe ich den nicht getroffen Hallo 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 Hi Heilig Jung Ich habe Zeit Wie du Sack Heilig Oh ist klar Mann 20.000 Seelen Kommen die jetzt immer Das ist halt nur die Frage Bei den Gegnern hier Die kommen auch immer Wo ist denn der Ritter Das ist halt hier Nein Auch Ich habe Natürlich Es ist halt nur die oder die oder die auch Wof das nicht würde ich füFE oder 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 Es gibt doch jedes Mal 2000. Das ist schon eine Ecke schwer hier, kann das sein? Das ist schon eine Ecke. Das ist schon eine Ecke. So. Alter, schnell! Ich liebe die Reichweite. Oh, hier waren wir ja vor uns einfach noch gar nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir da jetzt überhaupt hin wollen. Hier liegen nach hinten noch 20.000 Seelen. Oh, hier sind die Pilze. Von denen habe ich schon gelesen. Ja, was? Ach, die sind lieb oder was? Ah, es sind wirklich die? Lassen die nicht irgendwas fallen? Irgendwie habe ich davon so gehört. Oh Gott! Alter! Oh Gott! 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 Alter, 20.000 Säben für die Tonne. So Leute, wir müssen das Feuer entfachen. Da brauchen wir ja noch eins. Was schon schade ist, so viel Menschlichkeit. Aushöhlung umkehren. Und entfachen. Und kleine Pause. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, machts gut, auf Wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.